gute nachrichten aus deutschland schlechte aus den usa was die aktien angeht könnte man das zumindest mal meinen denn zumindest der dax der hat eine gute nachricht zu verkünden er hat auch den heutigen tag wir gucken mal hier oben rechts stärker angegangen oder ist den tag stärker angegangen wir sehen dass eine weitere kerze wenn wir das im kerzenschart uns angucken die oberhalb dieser trendlinie ist also damit sogar das ganze noch mal ein bisschen ausgeweitet und wir können uns vorstellen dass viele marktteilnehmer diese linie die doch sehr exakt durch die vorherigen hochs hier gebildet wurde beobachten und dementsprechend ist das eine gewisse bedeutung dass der markt offensichtlich nicht hier halten macht sondern wir sehen dass ausschließlich grüne kerzen hier hier wird es dann allerdings relativ flach und aktuell das ist natürlich nicht so wirklich toll der tag wird also wahrscheinlich leicht im minus was den tag angeht beendet werden allerdings gemessen am vortag trotzdem immer noch ein plus also insofern eine ganz gute nachricht das ganze was wir hier jetzt sehen zumindest mal für das übergeordnete bild ja gute nachricht hier aber ich habe schon angedeutet amerika nicht wieso das naja schielen wir hier auf den 15 minuten chart erahnen wir hier schon etwas und das gucken uns aber jetzt im amerikanischen markt mal an hier der dow jones und dann sehen wir im fünf minuten chart die jüngste bewegung ist eine sehr sehr starke auf der abwärtsseite und deshalb wird es jetzt sehr spannend ob der markt das ganze jetzt für einen schub nach unten weiterhin nutzt voraussetzung der dow jones anders als der dax hat es bisher nicht über diese linie deutlich gebracht man könnte jetzt sagen wieso aber die erste haben wir doch durchstoßen ja aber wie genau diese erste linie ist oder wie relevant die ist das steht in den stern denn gemessen an diesem hoch hier beispielsweise da sind wir noch nicht durch also der markt in dieser widerstandszone hier oben angekommen die wir in den letzten tagen ja immer wieder mal angesprochen haben also die hat er jetzt tatsächlich erreicht das hat ziemlich ging ziemlich zügig fast schon schneller als ich es vermutet hatte aber jetzt hat er sie erreicht da ist jetzt ernsthaft die frage will der markt da durchgehen oder nicht und ich denke wir würden uns was vormachen wenn wir sagen würden der dax ist durch dann werden die amerikaner nachziehen na ich glaube so sehr schielt man da nicht nach europa oder nach deutschland im speziellen um dann in amerika auch in die kauflaune dann zu kommen die dafür notwendig wäre trotz alledem müssen wir diese bewegung hier nach unten noch nicht super verdammen denn wenn ich ein bisschen raus zoome und ich gehe jetzt mal ruhig in den großen chart dann sehen wir hier eine abwärtsbewegung die wir vor ein paar tagen noch als korrektur angegeben hatten da hatten wir gesagt ein mensch das sieht korrektiv aus warum weil die gegenbewegungen überschneidend sind und es müsste eigentlich noch mal nach oben gehen wobei dieses hoch durchstoßen wird ja das hat jetzt wunderbar auch geklappt es ist nicht viel höher gegangen aber der kurs ist höher das ist eben relativ typisch in so einer situation dass der markt da zumindest mal ein wenig das ganze anpingt ein bisschen überschreitet viele kaufen genau an der stelle und ärgern sich dann jedes mal dass der markt sie wieder entschuldigt die wort weil ich zitiere verarscht hat aber aus meiner sicht ist das eben typisch dass an den höchsten punkten danach anschließend gerne eine wende ist ich wiederhol das so häufig ich weiß einigen gehe ich damit wahrscheinlich schon auf die nerven aber damit ihr das immer wieder euch vor augen führt die hochs die letzten hochs sind in der regel nie gute einstiegspunkte einstiegspunkte sind zwischen hochs wie dieses hier oder wie dieses hier von mir aus aber niemals das absolute hoch denn das was wir hier sehen ist sehr typisch es passiert nicht immer und ist der schlechtmöglichste punkt denn er erlaubt uns quasi überhaupt nicht hier in dem fall den stopp irgendwie sinnvoll nachzuziehen denn wenn wir da oben rein kommen dann haben wir keine chance den stopp nachzuziehen dann bleibt er auf dem initiale auf der initialen stoppweite das heißt wir fliegen hier komplett raus werdet ihr hier reingegangen an dieser stelle hättet ihr vielleicht den stopp am anfang hier oder hier hingesetzt und wenn der kurs sich dann entfernt dann zieht man in irgendeiner form hinterher das ist vielleicht ein anderes thema das kann ja irgendwie so ein super trend oder parabolik auf irgendeiner zeitebene sein irgendwie sowas in der art aber dann hat man eine realistische chance vielleicht sogar für umsonst rauszukommen vielleicht sogar mit einem kleinen gewinn das ist gar nicht so relevant aber dass das wesentliche risiko ist damit weg und wenn ihr auf dem höchsten punkt einsteigt ist das risiko halt nahezu immer noch voll da deshalb sind das keine guten einstiegspunkte jetzt aber die gute nachricht wenn doch das eine korrektur ist und jetzt gucken wir uns mal diese aufwärtsbewegungen an ist das ein impuls so richtig auch nicht man hat den eindruck wir hatten hier vorne was dann hatten wir eine pause und dann hatten wir hinten noch irgendwas klar das hat hier mal ein bisschen länger gedauert aber wir dürfen nicht vergessen da ist auch eine gute portion nachthandel mit dabei dann zieht sich das eben wenn der markt in amerika zu macht das ist ungefähr hier gewesen und wenn europa aufmacht das ist sagen wir mal ungefähr hier gewesen also wenn wir dieses zeitstück rausschneiden und dann quasi nur noch diese bewegung mitnehmen jetzt wird es extrem unübersichtlich dann ist das im prinzip eine bewegung die doch ziemlich a b c mäßig aussieht und nichtsdestotrotz also korrektiv ist und jetzt für die profis ich weiß es ist für viele sehr schwer nachzuvollziehen aber hier eine korrektur hier eine korrektur und anschließend noch mal ein impuls das ist eine typische korrektur viele kennen das noch aus dem übergeordneten bild hier hier vorne eine korrektur hier in der mitte eine korrektur und anschließend noch ein schub das ist ein typisches korrektiv bild und bietet sogar die chance dass nach diesem szenario der kurs noch mal nach oben geht also ich halte es noch nicht für ausgeschlossen dass der kurs auch jetzt noch mal ein gutes stück weiter nach oben geht dafür wäre jetzt folgendes notwendig und das ist jetzt die hausaufgabe für alle die begeisterten die intra day handeln wollen wenn wir hier einen starken anstieg kriegen jawohl haben wir bekommen anschließend was korrektives a b c oder ich mal mal daneben die variante irgendwie sowas dass man einfach sagen kann so ähnlich wie hier das ist korrektiv dann ist das die erste welle denn der kurs kam von oben das ist ein echtes tief dann hätten wir hier die korrektur die zweite welle und dann hätten wir gute chancen mindestens das zu sehen mit chancen auf mehr sprich wenn wir diese eins zu eins projektion haben den stop auf dem einstieg nachziehen und sagen ja wenn es weiter läuft super die chance dafür ist nicht so schlecht umgekehrt allerdings wenn wir hier so eine a b c bekommen dann haben wir als letztes einen schub hier wenn der kurs dann hier durchfällt dann bin ich mir ziemlich sicher dass das noch mal passiert mit ernsthaften chancen dass der kurs sagt auch wenn wir da unten schon mal sind dann hören wir doch ganz auf denn wir sind da wo wir hin wollten das haben wir gesehen und das passt hier also ihr seht es hängt davon ab welche seite wann wo getriggert wird das ist für viele schwierig das müsste man vielleicht als eigenständiges thema nochmal ansprechen irgendwann aber wenn ihr sowas habt und es schwache seite und die schwache seite scheint beendet zu sein zum beispiel durch bruch der letzten zwischenhochs hier dann ist das eine realistische chance nach oben würde er nach dieser a b c hier unten wiederum durchstoßen dann ist das bullische bild rum und dann ist vielleicht sogar der große absturz noch mal nicht ganz unrealistisch den teufel will ich aber noch nicht an die wand malen denn das nächste ziel für die abwärts seite wenn er das hier durchstößt wohlgemerkt das weiß ich nicht aber wenn er das durchstößt ist dass wir das auf jeden fall noch mal sehen das heißt solche ziele hier mit chancen auf mehr und wer sich jetzt wünscht dass ich die zahlen nenne und sie nicht gut erkennen kann das macht überhaupt keinen sinn jetzt das schon anzugeben denn hier diese aufgabe muss er noch erfüllen und er muss danach das ding triggern solange ich das hoch nicht kenne kann ich euch auch das ziel nicht nennen das müssen wir sehen aber wenn ich das hoch kenne der kurs durch das zwischentief durchgeht dann weiß ich dass das ein gutes ziel ist und dann kann ich auch den trade entsprechend formulieren also ihr seht es ist noch nicht alles verloren beim dow jones wir sind allerdings in einer zone wo die sorge für einen längerfristigen dreh durchaus nicht unbegründet ist das hat vorher schon ein paar mal ganz gut geklappt achtet also drauf wackelt es nur hoch und triggert er die abwärts seite dann orientiert euch short mindestens mal bis zur hälfte runter 30.500 irgendwie vielleicht auch 31.000 aber auf jeden fall hätten wir dann locker platz bis hier so diese strecke noch mal halbiert hoch oder zumindest ein gutes stück runter muss nicht jetzt ganz so weit sein aber zumindest mal ein gutes stück dann noch mal nach runter die chance sehe ich absolut wenn er ein solches szenario baut ob das im fünf minuten chart ist oder später im vier stunden stunden chart irgendwie sowas das ist ein anderes thema aber wenn es ungefähr so aussieht dann haben wir eine ganz gute idee für die abwärtsseite das passt auch natürlich für den s&p ihr seht das bild ist hier relativ ähnlich auch hier könnte dass diese sogenannte flat korrektur sein das heißt bekommen wir hier jetzt schub hoch wackelig runter ist das für mich eine kaufgelegenheit mit noch mal fortsetzung nach oben wir hätten ja auch noch ein bisschen platz bis zur trendlinie allemal wenn er jetzt aber hier wackelig hoch kommt im moment weiß ich noch nicht so ob das so begeisterungsfähig ist naja theoretisch noch würde es gehen für so einen kleinen zwischen long wenn ich mir das so angucke aber wenn das hier quasi bis in die mittlere zone hier halbwegs rein wackelt dann ist das ich mache es mal etwas größer dann könnt ihr es vielleicht etwas besser sehen also von den hochs hier das ist 1. november hoch mittags bis zu den tiefs heute nachmittags 16 uhr irgendwas wann das war und davon die hälfte wieder hoch wackelt dann ist das wenn er das auf der unterseite triggert sehr realistisch das noch mal ähnliches wie hier da hinten passiert also ihr seht da ist dann noch mal eine menge potenzial drin möglicherweise wird die notenbank mitentscheiden in welche richtung es gehen wird ob sich der markt vorher noch großartig festlegt werden wir sehen aber für den moment ist das zumindest mal eine ganz typische situation und immer daran denken das sieht noch nicht wirklich begeisterungsfähigkeit aus und auch das hier sieht nicht richtig begeisterungsfähig aus beim nasdaq das bild im letzten ende genauso wie bei den anderen amerikanern also ihr seht wir haben im kleinen möglicherweise eine sinnvolle möglichkeit auf die nächst größere ebene dann hoch zu traden das heißt die situation im kleinen zu sehen und dann im großen und wer jetzt sagt da bin ich aber jetzt traurig weil ich handel die kurze ebene nicht die kurzen zeitebene nicht da solltet ihr euch nicht so viel daraus machen denn ihr könnt auch wenn ihr nach ein paar stunden drauf guckt und dann erkennt dass es das eine oder das andere verhaltensmuster ist dann noch sagen okay dann kann ich jetzt quasi auf einer zeitebene höher mein trade entsprechend dann da starten das geht allemal also fühlt euch da jetzt nicht insofern schlecht dass ihr sagen dann kann ich da eben nicht aktiv werden na gut in diesem sinne hoffe ich dass ihr ein wenig spaß mit dieser analyse hattet viel erfolg nicht wenig sondern viel erfolg hattet und ich drücke euch die daumen dass ihr es auch sinnvoll umsetzen könnt in diesem sinne alles gute und liebe grüße